Es gibt Krypto-Projekte, wo sie dir sagen, zahl da ein, aber du musst mindestens ein Jahr drin lassen. Wer kennt solche Projekte? Wisst ihr warum? Wenn du ein Jahr lang nur zuschauen darfst, aber nicht wieder auscashen darfst, zeigen sie dir gemalte Charts. Schau mal, wie sich dein Kurs entwickelt hat. Alle dieser Krypto-Projekte sind nicht börsengelistet. Du kannst nicht auf Google den Börsenkurs anschauen. Nur, wenn du dich dort bei ihrer Seite einloggst, siehst du den Chart und du freust dich. Boah, der Chart steigt. Schau mal, Schatz, wir sollten 5.000 mehr reinstecken. Wir haben schon 30% gemacht. Und das letzten Monat, das sind gemalte Charts. Du darfst ein Jahr lang nicht auscashen, siehst nur Kurse, freust dich und dann denkst du dir am Ende, ganz ehrlich, ich habe jetzt 80% Gewinn gemacht. Ich wäre blöd, wenn ich jetzt auszahle. Dann kommt auch der Vertriebler und sagt, hey, ganz ehrlich, du wirst blöd, wenn du jetzt auszahlst. Warte mal, im zweiten Jahr geht es noch mehr ab. Wir hatten ein Management-Meeting.